Sei herzlich gegrüßt. Ich möchte jetzt kurz auf die Schnelle etwas vorlesen aus dem Buch Das Licht der Hohen Götter und zwar das Kapitel 5, Projekt Huxley und Darwin-Theorie. Kurz zum Verständnis, dieses Buch ist gewissermaßen autobiografisch geschrieben. Der Autor war eben bei einem älteren, weisen Mann in Sibirien, zu Gast oder in der Lehre und der hat ihm sehr viele interessante Dinge erzählt. Es beginnt mit dem alten Mann. Bevor man sich mit der Frage über den Einfluss der Informationen auf die Veränderungen der menschlichen Natur beschäftigt, muss man sich endlich mal bewusst machen, dass es die Menschheit als solches nicht gibt und auch nicht geben kann. Diese Worte des alten Mannes haben mich sehr verwundert. Was starrst du so? Das sollte dich nicht verwundern. Die Menschheit an sich, also als einheitliches Ganzes, existiert nur auf dem Papier. All dies ist für die Politiker und jene Kreise, die sie manipulieren, von Vorteil. Und was gibt es dann? Schaute ich zum Gastgeber in der Skihütte. Was es gibt? Er stand vom Tisch auf, um seine Tasse mit dem starken Aufguss von Chaga vollzumachen. Genau darüber werden wir heute und auch morgen reden. Ich denke, dir ist die klassische Theorie der Herkunft des Menschen bekannt, begann der alte Czerdin Tseff seinen seltsamen Vortrag. Weißt du, wer diese Theorie erfunden hat? Nein, ich weiß es nicht, gestand ich ehrlich. Das haben sich die Anglo-Saxons aus den Fingern gesaugt. Es ist aus der Theorie der Entstehung und Herkunft der Arten von Charles Darwin abgeleitet. In der Tat wurde diese Theorie des englischen Schizophrenen öffentlich gesponnen und vorangetrieben. Auf ihrer Grundlage wurde der ganzen Welt das dämliche Zeug über die einheitliche Herkunft des Menschen aufgedrängt. Warum, das werden wir später klären. Jetzt, wenn wir uns damit nicht aufhalten, ich will dir erstmal davon erzählen, wie alles begann. Vor allem, wer war dieser Charles Darwin eigentlich? Es ist üblich, ihn für einen Genie zu halten. In Wirklichkeit ist es bei weitem nicht so. Charles Darwin wurde in der Familie eines berühmten Chirurgen, Pathologen und Freimaurer geboren. Jetzt verstehst du, woher der Wind weht. Ein Arzt wurde der junge Darwin nicht. Er hatte nicht genug Talent, deshalb hat ihn sein Vater in die geistliche Schule geschickt. Und später, als die britischen Freimaurer von den Illuminaten den Auftrag bekamen, eine evolutionäre Theorie über die Entstehung und Herkunft der Arten zu etablieren, war es eben der junge Darwin, ein Mensch fern von Wissenschaft, und doch wurde er zu ihrem Schöpfer ernannt. Ich verstehe die Logik nicht. Warum war ein fremder Mensch nötig? Es ist ganz einfach, um die Verantwortung von den wissenschaftlichen Kreisen abzulenken. Scheinbar wurde der Durchbruch angeblich von einem dilettantischen Genie gemacht und die Wissenschaft hat die Idee nur aufgegriffen. Im Fall der Fälle hat sie damit nichts zu tun. Wie du siehst, alles wurde wie ein Langstreckenziel gemacht. Dann hat Charles Darwin selbst nichts entdeckt, wunderte ich mich. Natürlich nicht. Alles war für ihn schon fertig vorbereitet. Es geschah noch vor seiner berühmten Weltreise. Es gibt eindeutige Beweise, dass der wahre Autor von der Theorie der Herkunft der Arten von Tieren, einschließlich dem Menschen, der große britische Gelehrte und Freimaurer Thomas Huxley war. Bereits fünf Jahre vor der berühmten Veröffentlichung Darwins hat er das notwendige Material bereits vorbereitet und nicht an Darwin, sondern an bestimmte wissenschaftliche und freimaurerische Kreise übergeben. Damit diese das fertige Werk an einen Menschen übergeben, der seinerseits in der Gesellschaft einen Namen hat. Charles Darwin war eben dieser Träger. Somit ist die Evolutionstheorie von der Entstehung und Herkunft der Arten ein mächtigstes und sehr kostspieliges Projekt der Zerstörung jeglicher Illusion bezüglich unseres göttlichen Ursprungs. Glaubst du wirklich an die biblischen Wahnfantasien über Adam und seine Nachkommen als die ersten Menschen? Ich meine etwas anderes, lächelte der Erzähler. Die Rede ist von der himmlischen und kosmischen Herkunft der Rassen. Nicht nur von unserer Rasse, sondern auch von anderen Rassen. Es spielt keine Rolle, dass einige von ihnen bis zum Niveau von Arten degradiert sind. Dennoch, die fernen Vorfahren jetziger Kannibalen kamen aus dem Kosmos auf die Erde. Um genau dies zu verbergen, wurde eben Huxleys Evolutionstheorie erdacht und erfunden. Diese Theorie ist uns jedoch unter anderem Namen bekannt. Also, was wird in dem Werk von Huxley und Darwin behauptet? Dass das Leben auf der Erde aus einer lebenden Zelle entstanden ist. Und später wurden die einzelnen Organismen durch Mutationen zu mehrzelligen Organismen. Diese Mutationen entwickelten sich und teilten sich allmählich in zwei große Zweige, in die Welt der Pflanzen und die Welt der Tiere. Weiter ging es nach demselben Evolutionsschema, vom Einfachen zum Komplexeren. In der Pflanzenwelt die Flechten, Mose, Algen, Psylophyten, Fahne, Gymnospermen und zum Schluss die Angiospermen. In der Tierwelt ist es das Gleiche. Amöben, Mollusken, Nesseltiere, Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere und zum Schluss die Menschen. Sozusagen der Mensch ist die Krone der evolutionären Leiter. Wie du siehst, es gibt in alledem keinen Platz für den Schöpfer. Ihn hat die evolutionäre Selbstentwicklung aller Lebewesen ersetzt. Das ist die unbesiegbare materialistische Evolutionstheorie und wohlgemerkt durch eine wissenschaftliche Grundlage bestätigt. Versuche dem mal zu widersprechen. Alles ist klar und deutlich. Vom Einfachen hin bis zum Komplexen. Dies gilt auch für den Menschen. Herr Huxley ordnete auftragsgemäß die Menschen zu ihren angeblich gemeinsamen Vorfahren, den Affen, ein. Faktisch wurde der Mensch zum Primaten. Genau aus diesem Grund versuchte Darwin als Theologe, verstehend, zu welchem Zweck solche eine Theorie der Arten geschaffen wurde, sich in jeder Weise von dieser Theorie loszureißen. Er versuchte, die wissenschaftlichen Freimarer-Kreise zu überreden, seinen Namen nicht zu verwenden. Alle Bemühungen von Charles Darwin waren vergeblich. Die evolutionäre Theorie von der Entstehung aller Lebewesen, einschließlich des Menschen, wurde unter seinem Namen veröffentlicht. Wie du sehen kannst, hatte die Arbeit von Thomas Huxley und Charles Darwin eine recht wissenschaftliche Grundlage. Nicht nur für den militanten Materialismus, sondern auch für andere reaktionäre Theorien. Die Basis für die falsche Pyramide war geschaffen. Denn es war notwendig, diese zu ihrem logischen Ende zu bringen. Denn nach der Huxley und Darwin-Methode war der Mensch nun kein göttliches Wesen mehr. Nun standen die wissenschaftlichen Kreise vor neuen Fragen über die menschliche Herkunft. Du solltest verstehen, dass in unserer kranken, irdischen Gesellschaft alles von denen entschieden wird, die das Geld haben. Genauer gesagt, es sind jene Kreise, die über die Druckmaschinen verfügen, um Geld zu drucken. Nach ihrer Pfeife tanzen nicht nur die Akademie-Mitglieder, sondern auch viele Politiker. Aber momentan reden wir nicht über das Parlament, Abgeordnete und Präsidenten. Über sie werden wir später reden. Jetzt interessieren uns die wissenschaftlichen Kreise. Weil gerade diese im Auftrag von bestimmten Strukturen den Mythos über die einheitliche Herkunft des Menschen erschaffen haben. Warum wurde das gemacht? Wenn wir uns an die Welt erinnern, in der wir leben, wird uns alles klar. Für die wissenschaftliche Begründung und Untermauerung der liberal-demokratischen Ideologie. Das heißt, wenn alle Rassen der Erde einen gemeinsamen und einheitlichen Ursprung haben, so sind sie genetisch sehr nah. Und so kann man in der nahen Zukunft auf der Erde einen Du. Ganz klar, zum Niedergang oder Untergang der Menschheit glänzte ich mit meinem Wissen. Wenn die Idee der Illuminaten erfolgreich gelingt, dann wird die Menschheit verurteilt sein. Aber keine Panik. Das Schmelzkessel-Projekt erfordert viel Zeit. Und wir haben eine Möglichkeit, dass dieses Projekt im Leerlauf arbeitet. Ich möchte Deine Aufmerksamkeit auf Folgendes lenken. Als Louis Leakey im Jahr 1924 den Australopithecus in der Olduvai-Schlucht entdeckte, wurden in Britannien sofort die Naturwissenschaftler darauf aufmerksam. Sie begannen darüber zu reden, dass die Urheimat des Menschen in Afrika sei. Später fand man auf Java, Sumatra, in Indochina und sogar an den Hängen des Himalaya aber genau die gleichen und mit ihnen verwandten, menschenähnlichen Australopithecus. Doch es war unmöglich, mit den Engländern zu diskutieren. Die britischen und auch andere europäische gelehrte Wissenschaftler, die mit ihnen im Bunde waren, bestanden auf diese Theorie. Als die Wiege und Heimat der Menschheit wurde Afrika ohne Einwände erklärt. Und die Funde der Australopithecus in Südasien hat man als einen Immigrationsprozess, also Einwanderung, erklärt. Bis jetzt wird diese idiotische Schlussfolgerung, wie auch die Theorie der Entstehung der Arten, in den akademischen Kreisen als ein Axiom angenommen. Ein Axiom erkläre ich kurz hier. Ein Axiom ist ein Grundsatz einer Theorie, einer Wissenschaft oder eines axiomatischen Systems, der innerhalb dieses Systems nicht begründet oder deduktiv abgeleitet wird. Also nochmal den Satz. Bis jetzt wird diese idiotische Schlussfolgerung, wie auch die Theorie der Entstehung der Arten, in den akademischen Kreisen als ein Axiom angenommen. Weder das eine noch das andere darf man nicht in Frage stellen. Und wenn ein Wissenschaftler es doch riskiert, wird er sofort dem Spott und der Verleumdung ausgesetzt. Wie viele große Persönlichkeiten haben versucht, die berüchtigte Darwin-Theorie zu widerlegen. Alle wurden aus der Wissenschaft ausgeschlossen und über Bord geworfen. Aber wir haben nur einen Mittelpunkt oder Ort des Ursprungs der Menschheit berührt. Ein Mittelpunkt, wo angeblich der Mensch selbstständig geworden ist und seine ersten Schritte machte. Für die Illuminaten war das nicht genug. Die Tatsache ist jedoch, dass nur für primitive Menschen Afrika eine Urheimat war. Man brauchte noch einen Mittelpunkt oder Ort für den bewussten Menschen. Und dieser war bald gefunden. Nach der Entdeckung der palästinensischen Neandertalerschädel mit angeblich offensichtlichen Merkmalen der Cro-Magnon-Rasse wurde erklärt, dass der bewusste Mensch hier zum ersten Mal auf unserer Erde im sogenannten Heiligen Land erschienen ist. Heiliges Land, damit ist Israel gemeint. Und wie könnte es anders sein? Denn es ist allen bekannt, dass sich nicht weit von diesem Ort der berühmte biblische Garten Eden befand. Somit ist alles richtig. Und niemandem ist aufgefallen, dass die Neandertalerschädel mit den Merkmalen eines Menschen, Homo sapiens, auch Hybride sein könnten. Eine Mischung aus Neandertaler und Cro-Magnon-Mensch. Übrigens wurden viele ähnliche Funde an unterschiedlichen Orten gefunden. Die Neandertalerschädel mit den Merkmalen der bewussten Menschen wurden auch in Frankreich, Deutschland, auf dem Balkan, im Kaukasus, in Sibirien und in Nordafrika gefunden. Aber bei denjenigen, die Palästina zur Urheimat des bewussten Menschen erklärt hatten, erregten solche und ähnliche Funde keine Aufmerksamkeit. Diese Funde haben unseren Herren Akademiker aus Britannien, Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern einfach abgewinkt. Dies ist die ganze Geschichte. Wie du siehst, stellen beide Mittelpunkte des Ursprungs oder der Herkunft des Menschen eine Art von Einheit dar. Das erste Zentrum hat automatisch den zweiten erzeugt. Und zwar dort, wo es eben notwendig war. Du verstehst, warum das alles? Antwort. Ich verstehe. Wie kann man das auch nicht verstehen? Sie wollten hier auf der Erde das, was du als den Rassenschmelzkessel bezeichnest, organisieren. Ja, um der Bevölkerung der Erde zu beweisen, dass alle Rassen genetisch verwandt sind, da die Menschheit aus einem Zentrum, einem gemeinsamen Ursprung entstanden ist. Alles bereits genannte führt zu zwei Schlussfolgerungen. Die erste Schlussfolgerung. Der Mensch entstand hier auf der Erde und ist kein Besucher aus dem Kosmos, weil seine Vorfahren die Affen sind. Und die zweite Schlussfolgerung sagt aus, dass die Menschheit homogen ist. Die letzte Schlussfolgerung ist für die Illuminaten und ihre Mithelfer jedoch wohl die wichtigste. Weil es eine Grundlage für die liberal-demokratische Ideologie ist, die sie unserer ganzen Gesellschaft aufgedrängt haben. Da ist der erste Baustein für dein zukünftiges Verständnis deiner Frage. Sicherlich ist es weit hergeholt, aber notwendig, sonst bekommst du kein vollständiges Bild und keine ganzheitliche Vorstellung von dem, was geschieht. Die Dunkleren verwenden eine über Jahrhunderte geprüfte und bewährte alte Technik. Als erstes starteten sie ein Projekt globalen Ausmaßes. Ein Beispiel dafür sind Huxley und Darwins Evolutionstheorie über die Herkunft des Menschen. Danach, auf der Grundlage des global-strategischen Projekts, schaffen sie eine Kette von miteinander verbundenen Unterprojekten. Das Zusammenspiel zwischen ihnen ergänzt im Wesentlichen das Hauptprojekt und die Unterprojekte. Die logischen Tochterkonstruktionen beweisen automatisch seine Richtigkeit. Verstehst du, was hier passiert? Es ist egal, wie viel man mit den Ablegerprojekten oder Unterprojekten oder auch Spin-off-Projekten kämpft, es wird sich nichts ändern. Ein Beispiel sind die Funde der Australopetikus-Knochen in Südasien. Was macht es schon, dass dort fossile Halbaffen gefunden wurden? Diese könnten überall gefunden werden. Die Huxley- und Darwin-Theorie widerlegt solche Funde nicht. Im Gegenteil, sie bestätigen sie sogar. Wenn die Australopetikus-Beine hatten, so konnten sie migrieren, also auswandern. Von woher? Natürlich aus der Urheimat. Und die Urheimat, nach der Evolutionstheorie, kann nur lokal auf einem begrenzten Territorium sein. Und wo ist dieser Ort auf unserem Planeten, wo diese Affen in unsere Urahnen mutierten? Natürlich in Kenia, der Osten des afrikanischen Kontinents. In allem steckt eiserne Logik. Und was liegt dahinter? Die gewissenlose Lüge des ersten strategischen Hauptprojekts.